Sie sind der Graus für viele Gärtnerinnen und Gärtner, aber eine Freude und ein Spaß für Kinder. Der Löwenzahn. Dicke gelbe Blüten und die hohlen Stängel, da kann man wunderschön Kränze draus basteln. Und dann erst die Pusteblume. Hinterher schauen, wenn die kleinen Samenkörner an den Schirmchen davon schweben. Engelchen und Teufelchen raten. Sie wissen schon, Teufelchen ist, wenn der abgeblasene Kopf einen kleinen schwarzen Punkt hat. Warum auch immer, die einen haben ihn, Teufelchen, die anderen nicht, Engelchen. Ja, der Löwenzahn. Der kann sich ganz schön breit machen. Wo so ein Samenkorn gelandet ist und sich zu einer Pflanze entwickeln konnte, da kann man sie gar nicht so leicht wieder wegkriegen. Eine kräftige Wurzel hat sich gebildet. Und haben Sie schon mal gesehen, wo so ein Löwenzahn wachsen kann? Ja klar, in der Wiese, am Wegrand. Aber das ist einfach. Ach, nein, der Löwenzahn schafft die unmöglichsten Stellen zwischen Steinplatten in einer senkrechten Mauerritze. Sogar das Straßenpflaster hat so ein Löwenzahn schon aufplatzen lassen. Und das kommt aus diesen kleinen, winzig leichten Fallschraumsamen. Eine ungeheure Kraft. Manchmal wünsche ich mir so eine Stärke wie die Pusteblume, der Löwenzahn. Und manchmal wundere ich mich, dass ich sie tatsächlich habe. Die Kraft, die in den zarten Pusteblumen Schirmchen wohnt und die Kraft, die ich in mir verspüre, hat denselben Grund. Gott. Und so wünsche ich Ihnen für heute, dass Sie diese Kraft spüren können, in allem, was Sie tun, in allem, was Ihnen begegnet. Ihre Pfarrerin Heidrun Hemmel aus Grafenkehaig.